Willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial. Heute soll es um Link und um Library Override gehen. Library Override ist eine sehr neue Funktion in Blender. Vorher möchte ich noch mal ein paar Worte zu Append verlieren. Wenn ich auf File gehe, Append, das Video hatten wir ja schon, und hier irgendwie eine Blender-Datei raussuche und die Blender-Datei anklick, dann erscheinen wir ja für verschiedene Ordner. Und ich kann aus allen möglichen Ordnern, also ich kann die Kamera Append, ich kann Pinsel, Brush, Append, Actions, also Animation. Wir haben ja die Collection gesehen, und man kann natürlich auch ein einzelnes Objekt, hier Objekt, Append, also das ist alles kein Problem. Was wollte ich bloß noch mal gesagt haben und jetzt wollen wir mal einen Charakter einladen und zwar verlinken. Dann gehe ich auf Datei, Link und da habe ich hier die Sintel von der Blender Cloud runtergeladen, gucke ich mal drauf. Und dann gehen wir hier in die Collections wieder rein. Da haben wir hier dieses Sintel und das wicke ich mal ein. Und hier haben wir unser Sintel. Was ich mal als erstes mache, ist hier bei Render auf Simplify gehen, damit das Ganze etwas schneller ist, die Subdivisions runter und die Haarpartikel runter. Jetzt ist das Ganze fließend. Was kann ich jetzt mit der Figur machen? Naja, ich kann sie hin und her schieben, ein bisschen rotieren und das war es auch schon. Denn diese Datei, das ist jetzt nur ein Proxy, die ist jetzt nur hier rein verlinkt. Die Originaldatei ist weiter in der ursprünglichen Blender Datei. Und ich kann jetzt ja nichts modellieren und verändern. Ich kann nichts einfaches anfassen oder irgendwas. Also was nützt uns das Ganze? Ja, da kann man jetzt auf Objekt gehen und dann auf Relations, Makeboxy. Und hier wähle ich das Rig aus und drücke mal auf Enter. Und da haben wir jetzt auf einmal das gesamte Rig Tag von dem Charakter. Ich kann jetzt hier in den Post-Mode gehen und kann den Charakter animieren. Wie das genau geht, das ist alles sehr fortgeschritten. Damit werden wir uns etwas später beschäftigen. Das kommt jetzt erstmal noch nicht dran. Aber so kann ich jetzt meinen Charakter hier animieren. Und wenn ich während der Animation oder nach der Animation mir einfällt, dass sie doch ein anderes Hemd anhaben sollte, dann kann ich das in der ursprünglichen Datei noch ändern. Und wenn ich das in zehn verschiedenen Dateien, in zehn verschiedenen Szenen verwende und ich das einmal in der Original-Datei ändere, ändert sich das für alle zehn Dateien. Und ich kann trotzdem in jeden dieser zehn Dateien alles individuell animieren. So, und dieses Link-Proxy-Verfahren, das hat einen Nachteil. Zum Beispiel kann ich nicht zwei oder drei Synthes in die Szene reinladen, die alle eine andere Animation haben. Es gab da früher Möglichkeiten, mit Python-Skripten das Ganze doch zu realisieren. Aber das war dann schon sehr, sehr fortgeschritten. Und da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, Library Override. Und das möchte ich euch mal zeigen. Ich lösche mal Synth, denn dafür nehme ich mal ein anderes Modell. So, ich habe jetzt hier zwei Blender-Dateien geöffnet, nur um mal zu zeigen. Die andere, da habe ich jetzt einen Monkey drin und der hat Knochen, Bones. Aber wenn ich in den Post-Mode gehe, dann kann ich den jetzt hier animieren. Und ich will jetzt mal dieses Objekt in dieses hier rein verlinken. Ja, dann nehme ich jetzt mal den Shortcut F4 und dann Link und wähle hier die Datei aus. Und ich will hier wieder die Collection einfügen. Ja, und wir haben hier unsere Sousen mit der Armatur. Und die Armatur können wir wieder nicht gesondert anfassen. Also hier nichts animieren. Und da können wir jetzt wieder auf Objekt gehen. Und dann Relations, Make Library Override. Und das wollen wir für die Armatur machen. Und jetzt kann ich die Armatur auswählen. Kann in den Post-Mode gehen und hier wie gehabt das Ganze animieren. So, und die Besonderheit besteht jetzt darin, ich schiebe das ein bisschen zur Seite und dieses können wir jetzt löschen, dieses Empty. Und ich kann jetzt Shift und A drücken. Und dann das ganz unterste Collection Instanz. Und dann wähle ich hier die Sousen All aus. Und gehe wieder auf Relations Library Override. Armatur. Und jetzt kann ich diese Objekte unabhängig voneinander animieren. Und das Besondere ist, wenn ich jetzt mal die Farbe einstelle, indem wir hier mal auf Gerendert gehen, hat es jetzt das grüne Material. Und das grüne Material hat es ja auch schon hier an der Originaldatei gehabt. Und wenn ich jetzt hier im Original beispielsweise das Grün ändere zu Rot. Und das Ganze dann speichere. Und ich speichere auch mal diese Datei. So, jetzt öffne ich die Datei nochmal. Und wir sehen, der Monkey ist jetzt auch rot geworden. Und ich kann immer noch in den Post-Mode gehen. Alles verändern. Und so weiter. Library Override heißt also, dass das genauso eine verlinkte Datei ist. Und dass die Dateien identisch sind. Dass es aber mit Library Override möglich ist, einige Teile zu überschreiben. Zum Beispiel das Skelett, die Knochen. Oder auch die Geometrie. Und dass ich dann beispielsweise Modifier anwenden kann auf die Geometrie. Ohne, dass sich das auf das originale Objekt auswirkt. Und wenn ich zum Beispiel eine Szene habe mit 10 Vögeln. Dann kann ich einen Vogel in einer Szene erstellen. Und kann dann 10 Vögel in meine Szene laden mit Library Override. Und kann diese extra alle animieren. Das war so mit Link und Make Proxy in der Form nicht möglich. Oh, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Also, bis später.